Bidibidiba, hallo meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video mit mir, Oliver, zum Thema Raid Shadow Legends und wir sprechen heute über den großen Saal, weil wir festgestellt haben im Klaren, dass auch viele damit noch Probleme haben, dass es natürlich auch problematisch ist, dass man diese Skills, die man oder die Punkte, die man dafür gibt, nicht zurücksetzen kann und es ganz gut ist für Anfänger und vielleicht auch welche, die sich gerade noch in der Mitte des Spiels befinden, zu wissen, wo man denn seine Punkte vergeben sollte beim großen Saal, was sinnvoll ist und warum es vielleicht sinnvoll ist und was man natürlich auch da mal beachten sollte. Ich versuche auch darauf einzugehen, was manche vielleicht vergessen werden, sie auf die großen Saalboni eingehen, zu erwähnen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ins Spiel und gucken mal, was für Tipps ich geben kann. Fangen wir erstmal mit den Bagsics an und fragen uns, wofür brauche ich eigentlich den großen Saal überhaupt? Ich meine, ist es nicht nur für PvP vielleicht wichtig oder ist es für das gesamte Spiel wichtig? Wird sich vielleicht der ein oder andere fragen, der jetzt neu angefangen hat und das ist natürlich für das gesamte Spiel wichtig, denn der große Saal wirkt sich auf alle Champions aus. Also das heißt, wenn ich im großen Saal meine Werte vergebe, dann sieht man das auch nochmal in der Übersicht, dass es hier eine spezielle Spalte gibt, wo man sieht, der große Saal, welche Boni man bekommt, wenn man hier Punkte vergeben hat und da sieht man zum Beispiel, hier habe ich bei Genauigkeit, bei Widerstand, Crit-Schaden, also all das, was man eben im großen Saal vergeben kann, wirkt sich hier mit auf alle Champions des jeweiligen Typs aus. Also man muss immer gucken auf das jeweilige Element und danach richten sich natürlich die großen Saalboni. Wir haben hier die Elemente Magie, Seele, Kraft und Leere. Wenn ich zum Beispiel die Dev und den Crit-Damage und den Gen ziemlich hoch habe bei den blauen Elementen Magie, dann haben natürlich meine blauen Helden einen Vorteil. Da lohnt es sich eben, mehr blaue Helden im Team zu haben. Wenn ich jetzt zum Beispiel eher grüne oder rote, dann lohnt es sich natürlich eher, bei grün oder rot die Punkte rein zu investieren. Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie verteile ich diese Punkte am effektivsten und am besten, sodass es mir auch später noch was nützt, weil ich kann es ja nicht resetten. Deswegen gehen wir einfach ganz kurz darauf ein, welche Werte hier als allererstes gelevelt werden sollten und welche dann als nächstes gelevelt werden sollten und welche vielleicht als letzte dann dran sind. Gucken wir uns das mal an. Für Late-Game-Spiel ist auf jeden Fall Genauigkeit sehr, sehr wichtig. Deswegen seht ihr auch bei mir natürlich, dass ich sehr viel Wert auf die Genauigkeit dann später gelegt habe. Aber ich habe leider auch angefangen, sinnlos Punkte zu verteilen, damals, als ich noch neu war, weil ich nicht wusste, worauf soll ich jetzt eigentlich Wert legen und habe dann einfach angefangen, Punkte zu verteilen. Also als allererstes Wert legen auf Genauigkeit. Als nächster Punkt käme dann Deft für Defensive, dann Lebenspunkte, und Angriff. Also das heißt also erst Genauigkeit, Defensive, Lebenspunkte, Angriff in der Reihenfolge. Danach kommt Crit-Damage und dann kommt Widerstand. Also der letzte Bonus, wo ihr irgendwas verteilen solltet, ist Widerstand. Jetzt ist es natürlich abhängig auch so ein bisschen davon, wo ihr euch im Arena-Modus befindet. Jetzt seid ihr gerade noch auf der Bronze-Stufe, seid ihr auf der Silber-Stufe, seid ihr auf der Gold-Stufe. Mein Gold macht natürlich alles ein wenig einfacher. Wenn wir uns das anschauen, normalerweise müsste ich jetzt für Level 2 150 Bronze-Marken ausgeben. Das entspricht aber auch einfach 75 Silber-Marken oder, wenn ich jetzt einfach mal hier draufgehe, verbessern, 38 Gold-Marken. Also es wird immer weniger, je höher man sozusagen in der Arena steht. Also die Marken, die ich habe, sind natürlich wertvoller. Die höheren Marken sind wertvoller, also die Gold-Marken sind sozusagen das Dreifache von den Bronze-Markenwert, genauso wie die Silber-Marken das Doppelte von den Bronze-Markenwert sind. Und die Gold-Marken sind natürlich auch das Doppelte von den Silber-Markenwert. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in Bronze feststecke, lohnt es sich trotzdem natürlich so viele Bronze-Marken wie möglich zu farmen, um deine Skills zu vergeben. Und selbst wenn ich jetzt vielleicht nur auf Level 3 komme, okay, dann komme ich halt nur auf Level 3, dann verteile ich erstmal mein Level 3-Genauigkeit. Wenn ich noch mehr Marken gesammelt habe, dann kann ich ja weitermachen mit Defensive, dann kann ich weitermachen mit LP, dann kann ich weiter mit den Angriffen. Und so habe ich irgendwann vielleicht alles erstmal voll auf Level 3. Das ist ja nicht schlimm. Hauptsache wir haben es geschafft, alles hochzuleveln. Wie gesagt, ich habe ja auch so ähnlich angefangen. Ich hatte genug Marken, habe dann immer einen Punkt vergeben auf den Skill. Einen Punkt da drauf. Sozusagen random. Am Ende hatte ich sozusagen alle Skills wenigstens mindestens einen Punkt oder ein Level vergeben. Und genauso kann man es natürlich machen. Wenn ich irgendwo feststecke, ist das nicht unbedingt schlimm. Ich kann ja trotzdem die Marken farmen. Und genauso bei Silber, also dann komme ich natürlich noch ein bisschen höher vielleicht, wenn ich bei Silber feststecke. Bei 600 Silber-Marken sind schon relativ viel. Das sind trotzdem 300 Gold-Marken. Also selbst wenn ich vielleicht Gold 1 erreiche und gerade so dort mich halten kann, ist es vielleicht nicht unbedingt sinnvoll, dort auf Gold 1 zu bleiben, sondern eher wieder in Silber oder in Bronze zurückzugehen, wenn ich noch nicht alle große Saalboni soweit aufgebaut habe. Es lohnt sich tatsächlich erst auf die höheren Stufen zu gehen, wenn man sagt, ja ich will den jetzt wirklich maximal ausbauen. Und das kommt erst später. Denn auch die Aufgaben, diese Aufgaben hier, die Fortschrittsaufgaben, die fordern natürlich bestimmte Tribute immer mal. Das heißt, es gibt dann Aufgaben wie Level 4 große Saalboni auf 4. Dann gibt es, glaube ich, den letzten, den ich gemacht habe, Level 2 große Saalboni auf 6. Da heißt es nicht, level jetzt den Angriffswert auf 6 oder sowas im großen Saal, sondern das heißt einfach, nimm einfach irgendwelche und mach das bis 6. Und wenn ich weiß, ich muss halt auf Genauigkeit gehen, dann fange ich natürlich erst an, meine zwei Genauigkeitswerte hier zu verbessern. Weil die nächste Aufgabe, die dann kommen wird, ist Level 1 auf 7, dann gibt es Level 1 auf 8, 1 auf 9, 1 auf 10. Also gucke ich dann auch, wo benutzt es mir am meisten, entweder blau oder grün, da habe ich jeweils zwei Champions im Team und werde dann einen von denen aussuchen und den dann auf 10 sozusagen versuchen zu bringen. Und selbst auf 10 braucht man 1000 Goldmarken. Und ihr seht es, also ich habe jetzt gerade mal 662 für die nächste Stufe und muss dann wieder anfangen, neue Goldmarken zu farmen. Also es ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber wir befinden uns hier in Raid Shadow Legends und wir alle wissen, grinden, 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 grinden. Das Gute ist einfach bei der Arena, ihr braucht keine Energie, ihr braucht nur Arena-Marken. Und momentan wäre man relativ zugeschüttet mit Arena-Marken. Also wenn ich jetzt mal in meinen Postfach gucke, dann habe ich hier Arena-Marken, 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 Arena-Marken. Weil bei entweder jedem Kauf gibt es irgendwelche Kack-Arena-Marken dazu oder es gibt bei Spielzeitbelohnungen immer wieder diese Arena-Marken. Ich habe so viele Arena-Marken, die kann ich gar nicht ausgeben, weil ich gar nicht so viele Teams schlagen kann, gerade momentan auf Gold. Aber egal. Hauptsache wir haben alle Arena-Marken. Die Arena-Marken sind ja selbst bei Events oder bei Wettbewerben teilweise momentan ziemlich im Kommen. Ich weiß nicht, was sie vorhaben. Ich weiß nur, dass es auf der Timeline heißt, irgendwann gibt es eine Platinum, also Platin-Liga, wo ich mal gespannt bin. Ich vermute, dass sie jetzt eher damit anfangen, das etwas einfacher zu gestalten und die Spieler mehr in Gold zu holen, dass man dann die wirklich High Society nur noch in Platin hat. Die Frage, die sich mir nur stellt, ist, werden dann auch die großen Saalboni angepasst oder heißt es dann auch wieder, du musst jetzt 10.000 Platin-Marken haben für die nächste Stufe? Ich meine, so wie ich Raid Shadow Legends kenne, wird es so sein. Dann werden sie nicht diese Anforderungen hier senken, sondern wird dann Level 1 zum Beispiel sein, ja, wir haben jetzt 900, wir haben 1.000, dann kommt das nächste 2.000 und das übernächste sind 4.000. Also es wird dann irgendwelche sinnlosen Verdoppelungen wahrscheinlich geben und es wird dann immer schlimmer, was man farmen muss, weil selbst die Anforderungen bei Minotaurus sind immer noch genauso hoch wie damals, dass man eben den Minotaurus so creinen muss. Und wir haben nur einen begrenzten Energiebetrag zur Verfügung jeden Tag, es sei denn, man kauft sich halt Energiepakete, so wie ich. Es zwingt einen ja keiner was zu kaufen, sagt man, aber so viel Energie, wie man hier teilweise braucht, ist es schon sehr aufwendig. Vor allen Dingen als Free-to-Player muss man erstmal an die Energie kommen, kann man natürlich versuchen durch Events und so ein bisschen mit abzufedern, aber trotzdem wird man merken, dass es irgendwann knapp wird, wenn man Level 60 Charakter levelt und dann den nächsten und dann den nächsten und dann den nächsten, also das dauert. Also wir wissen jetzt erstmal, in welcher Reihenfolge wir die upgraden müssen und wir wissen auch, was es uns bringt, das zu upgraden, dass wir unsere Helden werden verbessert, das hat nicht nur in der Arena Vorteile natürlich, sondern auch in allen anderen Sachen wie Dungeons, Fraktionskriegen, Kampagne und so weiter, dass diese verbesserten Werte wirken sich natürlich überall aus. Das Arena Level selbst hat natürlich auch bestimmte Boni... Da, 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 Arena, ah, 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 Arena, hey, Arena, hey, Arena, hey. Ne, was ich eigentlich wollte ist, ich wollte euch kurz was zeigen, zwar ist es ja Arena-stufenabhängig, was wir für Boni in der Arena bekommen, Also ich bin jetzt hier, kriege für auf alles 20% und kriege 4 Marken pro gewonnenen Kampf. Was bedeutet das aber für unsere Helden? Also in der Arena nützen uns diese Boni, die wir hier bekommen, eigentlich nichts, weil alle, die sich mit uns in dieser Stufe befinden, haben ja dieselben Boni sozusagen. Wo uns das aber wieder was bringt, ist für alles andere. Das heißt also, in der Kampagne, in Dungeons, in Fraktionskriegen, kriegen all unsere Helden hier plus 20% auf Lebenspunkte, Angriff und Defensive. Und LP, Angriff und Def sind natürlich sehr wichtig. Schade, dass es keinen Genauigkeitsbonus gibt. Wir können es dann wieder hier in der Übersicht sehen, Arena-Stufe und wir haben LP, Angriff und Def und kriegen dafür, wie gesagt, diese 20% nochmal extra. Das vergessen auch viele, wenn sie sich zum Beispiel Guides oder sowas angucken und sehen, Uh, da hat einer 49.000 Lebenspunkte. 4.000 von diesen 49.000 Lebenspunkten kommt zum Beispiel auch von der Arena-Stufe Gold 4 bei mir. Das heißt, das hat jetzt mit meiner Ausrüstung an sich nicht viel zu tun. Natürlich skaliert sich das über die LP, die ich an der Ausrüstung habe, aber es skaliert sich eben auch an den 20%. Das sollte man auch immer nicht außer Acht lassen, wenn man sich jetzt Guides zu bestimmten Champions oder Clanbossen oder sowas anguckt. Deswegen ist es immer gut, diese Gesamtwerte hier eben auch nochmal zu betrachten, genauso wie großer Saalbonus. Wenn ihr natürlich nur einen großen Saalbonus momentan gelevelt habt und ihr braucht aber zum Beispiel einen bestimmten Betrag an Genauigkeit und habt aber den Champion hier im großen Saal noch nicht gelevelt, dann ist es klar, dass man vielleicht diesen Genauigkeitswert, der im Video gezeigt wird, nicht erreicht. Ja, und das gilt es eben auch mit zu bedenken und zu beachten, wenn man sich hier auf den großen Saal stürzt und levelt. Ich meine, es bringt ja auch nichts, jetzt zum Beispiel immer wieder 600 Marken zu horten, bis man 15.000 Silbermarken hat, weil weiter als Level 6 kommt man damit ja bei den einzelnen Skills sowieso nicht. Das heißt also, man kann ja auch trotzdem schon anfangen, wenn man hier die Genauigkeit alle auf Level 6 hat mit Silbermarken, auch schon mal bei Dev-LP-Angriff dann weiter anzufangen, das aufzubauen und aufzuleveln. Ich finde es sowieso ganz gut, wenn man am Anfang auf die wichtigsten Werte schon mal ein bis zwei Punkte verteilt, weil uns das auch meistens in der Kampagne am Anfang ein bisschen weiterhilft noch extra, wo uns vielleicht die Genauigkeit noch gar nicht so groß hilft. Weil es geht am Anfang ja mehr darum, Schaden zu machen. Das macht man zum Beispiel durch Angriff-Dev, je nachdem, ob man einen Angriffs- oder defensiven Helden hat, der seinen Schaden auf Angriff- oder Dev skaliert, genauso wie bei Crypt-Damage, kann sehr hilfreich sein am Anfang. Das heißt, es ist nicht schlimm, wenn man da jetzt vielleicht mal ein, zwei Punkte schon reingesteckt hat. Das bringt ja trotzdem eine prozentuale Steigerung mit sich. Man sollte nur schauen, dass man es nicht zu hoch levelt auf einmal. Also ich hätte natürlich hier lieber Level 3 nur gemacht, statt Level 4 und 5 und hätte mich hier vielleicht eher auf Level 4 und 5 konzentrieren sollen, weil die vermisse ich jetzt zum Beispiel bei roten Champions oder bei leeren Champions. Aber das fehlt mir zum Beispiel dann in dem Moment. Deswegen ist es nicht unbedingt schade, dass ich jetzt auf Angriff, LP und Dev jeweils schon ein paar Punkte verteilt habe. Also das ist an sich wirklich nicht schlimm. Das kann sogar helfen am Anfang, wenn man in der Kampagne vorankommen möchte und hat jetzt vielleicht Probleme mit der Ausrüstung oder man kriegt den Helden nicht auf Level 60. Man kann immer noch ein paar Punkte rausholen mit dem großen Saalboni und mit dem Aufstieg in der Arena selbst. Also es kann sehr hilfreich sein. Fragt euch vielleicht, warum Genauigkeit? Aber im Endgame werdet ihr euch dann nicht mehr fragen, warum Genauigkeit. Weil erst mal Clan-Boss. Wenn ihr zum Beispiel bei Brutal-Albtraum ankommt, werdet ihr feststellen, dass eure Debuffs nicht mehr richtig brocken, wenn ihr nicht genug Genauigkeit habt. Das wird genauso sein in den höheren Dungeons. Wenn ihr nicht weiterkommt und ihr merkt, oh, die Debuffs wirken gar nicht auf den Boss, dann hat er einfach einen relativ hohen Widerstand. Und da müssen wir natürlich mit unserer Genauigkeit entgegenwirken. Und eben für genau diese Bosskämpfe auf höheren Stufen brauchen wir einfach die Genauigkeit. Am Anfang nützt euch das Verteilen der Punkte auf Genauigkeit noch nicht so viel, aber ihr werdet merken, dass es sich später dann eben auszahlt. Defensiver LP und Angriff braucht man natürlich immer. Ja, genauso Crit-Damage braucht man auch immer. Wobei ich fast sagen würde, dass Crit-Damage teilweise auch über den Schaden von Angriff und Def erhaben sein kann, wenn man genug über die Ausrüstung bekommt. Weil der Crit-Damage skaliert natürlich anhand von Angriff und Defensivwerten. Bloß, es kann natürlich auch sein, man hat schon relativ hohen Angriff und Defensivwert durch seine Ausrüstung bekommen. Und dann hilft einem vielleicht eher die Verteilung hier von einem höheren Crit-Damage-Wert. Also das kann auch hilfreich sein natürlich. Das ist nicht so, dass ich jetzt sage, man muss unbedingt diesen Weg gehen, sondern man muss halt auch so ein bisschen gucken, wie ist das Team aufgebaut? Wird sich das Team noch später ändern? Kommt da vielleicht noch jemand dazu? Kann noch weg? Wenn es relativ am Anfang ist, kann es immer sein, dass man jemanden austauscht. Wenn man sich allerdings in der Mitte des Spiels befindet, hat man meistens schon so bestimmte Teams, wo man weiß, da kommt vielleicht mal einer weg, die anderen sind relativ gut, die behalte ich jetzt erstmal und kann dann gucken, was man über die Ausrüstung eben schon hat und wo vielleicht noch Punkte fehlen. Und dann setzt man eben da noch die Punkte mal im großen Saal ein. Auch wenn es vielleicht mal nur ein Bonus ist, den man einmal am Level steigert oder so. Ist nicht schlimm. Man wird ja die Marken immer wieder bekommen und es kostet euch auch keine Energie. Es kostet halt Arena-Marken und man farmt es halt trotzdem täglich. Man hat ja sowieso die Quests, dass man in der Arena nochmal kämpfen muss, um eine bestimmte Anzahl an Kämpfen zu machen. Ich glaube, fünf Kämpfe täglich oder so. Selbst wenn man verliert, aber da kriegt man leider keine Marken dafür. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man in der Arena für gewonnene Defensivschlachten keine Punkte bekommt oder keine Marken bekommt. Da könnten sie tatsächlich mal noch was machen. Das waren jetzt erstmal alle Gedanken zur Arena, zum großen Saal zusammengefasst. Ich hoffe, ich habe es jetzt nicht überzogen. Wenn euch noch irgendwas einfällt, dann schreibt es doch einfach in die Kommentare. Kann ich ja gerne nochmal ergänzen. Es wird wieder einen Blog-Beitrag geben, genauso wie ich zu allen anderen Sachen auch noch im Blog was schreiben werde. Momentan bin ich gerade beim Anfänger-Guide und im Anfänger-Guide habe ich das hier auch nochmal so ein bisschen zusammengefasst, wenn man das nachlesen möchte. Dann geht einfach auf meinen Blog. Link ist in der Beschreibung und dann könnt ihr da nochmal reinschauen. So, falls ihr es noch nicht getan habt und euch meine Videos bisher weitergeholfen haben, dann erwägt doch bitte mal, den Kanal zu abonnieren. Ansonsten auch, wenn ihr es tut, die Glocke zu läuten, denn nur wenn ihr die Glocke läutet, dann kriegt ihr die Infos, wenn ein neues Video draußen ist. Über jeden netten Kommentar und über jeden Daumen nach oben freue ich mich natürlich immer. Vielen Dank dafür an alle, die es natürlich immer regelmäßig machen. Super Jungs und Mädels, macht weiter so. Wir sehen uns beim nächsten Mal, hoffe ich. Bis dahin, euer Comic. Tschüss. Moment, nochmal anders. Wo ist mein Arena? Wo ist mein Arena? Wo ist mein Arena? Falsch angeklickt? Nein, Arena, Arena. Da, 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 Arena. Da, 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 da. Ja. Diddy, 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 diddy. Ja.